Was geht Leute? Herzlich Willkommen zum Darts-WM 2021 Tippspiel. Am 8. Tag, 2. Runde, let's go. Brendan Doyle, Edward Scholi, das können wir nicht mehr tippen. Dann um 14 Uhr, Joe Callen gegen Wayne Choice, das gewinnt Joe Callen 3 zu 0. Simon Whitlock gegen Darius Lappernhauskas, das gewinnt Whitlock 3 zu 1. Und Edwin Louis gegen Danny Baggisch, das gewinnt Louis 3 zu 1. So, das war's von der ersten Session, von der Mittags-Session, am 8. Tag der BDC-Darts-WM 2021. So, wir sehen uns, ciao. So, wir sehen uns, ciao.